hallöchen und willkommen zurück zu portal 2 im koop heute mit tor ja mit tor nummer drei hier sieht man mal kurz die schritte guck mal ich bin mehr gelaufen als du ja das gut ist das schlecht ich schätze mal dass es schlecht ist okay wo ist jetzt vor drei ich glaube wir müssen hier hoch nein ich habe das sieht geil aus darin will ich auch nur da runter das sind extra kurse extra kurse ja bei mir sagt dass sie gerade rum also gehen wir jetzt nicht an ich bin wieder zurück wir müssen erst mal tor drei machen also trotzdem richtig ist man es bleibt extrem leise ich hatte dich und ich kaum höre und mein spielzahn ist das mega laut müssen nach da oben irgendwie kommen wo das ist ja ich probiere mal was ja das soll mal sehen dass da oben tor ist haha sehr nice okay begeben sie sich in die die mutter was soll ja wie immer ich bin blau ich weiß nicht woran es liegt ich habe eigentlich nichts umgestellt ärgerlich sehr wundert wo bin ich ja versuch dich mal ein bisschen lauter zu drehen wenn das geht nur als wirklich lauter gedreht ja das ist gut so sonst höre ich dich nämlich nicht und dann fange ich selber an leise zu reden das ist ärgerlich ja ein bisschen wird natürlich auch und ich laufen 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 was bei mir oder bei dir ich schätze bei mir diese strecke wurde von den menschen erschaffen und dann aufgegeben okay so oft schaffen sie etwas wundervolles und lassen es dann fallen ach die dinge sind lustig strecke aufgaben so tödlich ja das ist natürlich super so wir dürfen auf jeden fall nicht da reinfallen dachte mir wäre nicht so heisse keine nach da oben kann man so das achso ja da 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 ah scheiß knapp so jetzt haben wir ein problem wir können noch da oben geh weiter ach so ich ja klar du hast ja auch noch portale stimmt ja so wie von dem idioten umgeben wer ja sagt der richtige sagte idiot ja okay nach oben mit zwitten da fallen gelassen da ist ein knopf und da oben links mich dahin muss wahrscheinlich damit die wand hier unten irgendwo ein paar teilen machen ich stehe hier gerade ein bisschen auf dem schlauch ehrlich gesagt das will man da oben weil wenn man durch fliegt dann verschwinden die portal ja eh alle die man macht jetzt bin ich hier um hatte hatte kann ich geradeaus darüber irgendwo dann mach auf der anderen seite ein portal und bau dir eine zweite treffe dahin ja jetzt geht darüber und jetzt macht den button kugel 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 ich bin ein kugelfisch wohin muss das siehst du da irgendwo ja da oben schätze ich darüber wo es dein erstes portal wie ich da oben drauf gekommen nimm die kugel 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 war schon oben was das ging mal kurz weg und setzt es glaube wir müssen das so time ja ich glaube auch irgendwie okay mach noch mal ach so nee ich habe falsch getan weil ich nicht die nicht zugeguckt habe okay okay auf drei 123 hahaha so muss ich wo war das super keine ahnung ob das so gehört muss so jetzt müssen wir das ganze andersrum machen jetzt musst du da hinten das portal setzen nein 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 erst das andere und das andere muss erst mal woanders hin muss man ja mal sagen wenn man schon sagen dass einer von uns dafür auch was macht ja und ich habe eben sogar auch mal was gesehen das stimmt was sogar mal was gutes gemacht hat das sogar auf dem ersten versuch ja ich muss ja auch zugeben ich habe gerade im single player ein wenig geübt wie lange zehn minuten es hat aber gereicht es hat aber gereicht um einen sichtbaren erfolg zu zeigen nein ich hoffe diese alten tests könnten mir wieder ein wenig freude bereiten doch selbst euer angestrengtes versagen beglückt mich nicht das war ein portal gerade kaputt gemacht was habe ich denn gemacht sowas zum beispiel ach du kannst ja meine portal auch kaputt machen scheiße daran habe ich gar nicht gedacht jetzt haben wir aber ein problem problem wie so ein problem weil wir irgendwie darüber kommen müssen aber die portal setzt von mir runter wird man sich irgendwie dazwischen einsetzen dass man da rein spielen kann so muss das andere auch schon noch eins gesetzt da drüben aber irgendwie das so warte mal nee komm mal her da habe ich das gesetzt was ist wenn ich da jetzt hinsetze und du dann das nächste da dahin so jetzt laufen wir zurück und du platziert das andere da also immer wieder portal hin und her setzen du musst du das gleich da gerade aus ich machen und dann ich bin zu groß was da nicht durch aber geht doch kommen wir darüber warte mal spontan wir sagen genau ein bisschen höher ich komme nicht durch bin zu fett in diesem test versagt auch nicht dass das wichtig wäre also glückwunsch zur bewältigung der aufgabe wir beide haben einmal versagt du hast du das ja ein ding nicht ich bin ganz laut ich rede ganz laut ich schreie hier wie ein zurecht und komisch irgendwie spinnt dann wieder nach ich hasse es vielleicht solltest du mal deine ohren waschen meine ohren sind gewaschen ich habe vor drei stunden erst geduscht so weit wie schnell sie deinen ohren schmalz im ohr wieder ansammeln einer meiner besten und die lassen hier pflanzen wachsen unfassbar man kann pflanzen nicht testen wir haben es versucht und zeigen jeder schmerz noch furcht ja wissenschaftlich junge das hat das ist klar dass ich gerade machen wollen das wird runter ja das heißt du musst deswegen um lenken nein du musst erst mal herkommen ich denke es um genau und darin und drüber moment das wäre zu einem moment nee nee das ist keine gute idee du kannst du einfach meine mein portal was da hinten ist hier oben ja dann fällst du jetzt runter wenn ich dein portal weg machen wir haben was ist oben ran hier kann man auch hier hast du ja 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 du kannst auch einfach schönen point mit einem f das geht nicht so in der masse genau und jetzt lass mich das du ich ich will aber auch ich will aber auch tschuuu böh ähm du bist nicht runtergefallen oder? ja ich weiß äh verdammt also zack und äh zack und äh zack nicht holst okay ne ich die knopfdrucken so okay dann komm her alle hopp okay reiche ich nicht einmal mit vollidionen arbeiten ey sei leise so dann setzt du das Portal achja das andere äh das andere zuerst du kannst auch durch die ach hä hä wo willst du hin ich hier durch ja du musst das spotten so jetzt aber weder den feld er wieder runter ne ich platziere es richtig wenn du da gleich mit dem ding runterfällst ne ha ha bin durch weil das ist eine Kugel die rollt ja das habe ich nicht gewusst ich dachte Kugeln sind so wie Quader ja du weißt doch dass ich rumrolle ach da kann man auf jeden Fall schon mal man ich hab nicht auf dem ich hab nicht auf den Boden geguckt ich bin einfach nur nach vorne gelaufen äh warte da und ja 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 okay gut das war mit Absicht gebe ich zu ähm wo müssen wir ach wir müssen da hin wohin da ne was ist das denn da so willst du mich willst du mich eigentlich verarschen hey sie kennen sie gar nicht wo wir hin müssen überhaupt doch da oben in den mittelgang hier hin warte ich sehe gar nichts mehr wieder gelaufen hier drüber hier drüber da müssen wir müssen wir hä boah das ist eine verfickte timing aufgabe wieder Entschuldigung waah das wollte ich gar nicht ich will zurück ach da drüber gegangen da an der Seite den ne äh nein lass mich das in meine Portale so wirst du dagegen geschleudert aber nein noch nicht so pass mal auf ähm mach geh rüber können können wir nicht da unten quer noch eine Brücke rüber setzen vorher ne das müssen wir so machen nein du fliegst ja darüber ja